So schön, dass du wieder eingeschalten hast hier bei Soulful Journey. Mein Name ist Nathalie und mein Name ist Marius und gemeinsam begleiten wir Coaches dabei, ihr Herzensbusiness voller Freude und Leichtigkeit aufzubauen. Aktuell sind wir mit unserem Van Soli und unserer Katrin Nani unterwegs im Süden Deutschlands, genauer gesagt im Schwarzwald, wo wir unser Soulful Business Retreat gemacht haben. Und in diesem Video nehmen wir dich mit in die Zeit danach, nämlich zu einem der schönsten Wasserfälle in Deutschland, den Allerheiligen. Und wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Unsere Retreats sind für uns, aber auch für die Teilnehmer immer eine ganz, ganz, ganz besondere Erfahrung, denn in unseren Retreats tauchen wir ein in diese Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, die wir als Unternehmer, als Unternehmerinnen haben, wenn wir unserem Herzen folgen und es war eine ganz magische und außergewöhnliche Zeit, für die wir unendlich dankbar sind. Und nach dem Retreat ging es dann zu diesen unglaublich schönen Wasserfällen, den Allerheiligen. Wir sind gerade angekommen an einem super schönen Parkplatz und zwei Meter hinter Marios steht unser Van. Und hier haben wir direkt Nature. Und ich freue mich jetzt einfach mal loszugehen und die Gegend hier zu erkunden. Und Nani ist hier hinten und die ist auch schon einmal erkunden. Nani, Nani, komm mit hier. Das ist unsere Wildentdecker-Katze, unsere Abenteuerkatze da vorne. Guck mal, da streift sie nach. Kommst du mit? Richtig vorsichtig. Hinten läuft ein bisschen los, das ist so ein Wasserfall. Oh, geil, ey. Ui, ei, 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 ei. Oh, ist das geil. Puh. Schönster Schlafplatz ever. Boah, ist so schön. Dieses Licht da oben, es ist so traumhaft schön. Oh, was sollst du hier? Oh, das ist so süß. Hey. Es ist so cool. Es ist so cool. Oh, es ist so toll. Hey, die Kreise haben so was Geiles, oder? Ich möchte dem nirgendwo stehen, auf einmal dieses Ding. Ich möchte dem nirgendwo stehen, auf einmal dieses Ding. Ich möchte dem nirgendwo stehen. 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 Und das hier, fühlt sich wirklich so an, als wäre man komplett abgeschnitten von der Welt. Die Verbindung hier ist unterirdisch. Wir haben kein Netz. Und genauso fühlt sich hier auch an. Die Energie hier ist so rein, so klar, es ist einfach wunderschön. Es geht immer tiefer und tiefer hinunter und es wird einfach auch immer schöner. Hier links ist so eine wunderschöne Badeinsel und die Stimmung hier ist überall so magisch. Es wird wieder viel grüner. So krass schön hier. Oh mein Gott. Ey Mario, komm an, komm an, eigentlich dieses grün einsam. Ey, es sieht so krass aus. Der Himmel. Habt ihr das schon mal gesehen? Ich hab das noch nie gesehen, dass so viele Moos an den Bäumen wächst. Also an den kleinen dünnen Ästen. Total abgegangen. Dieses Moos, was wir gerade an den Ästen sehen und an den Bäumen sehen, das wächst nur an den Ästen und an den Bäumen in Regionen, wo die Luft so richtig klar ist, wo die so richtig rein ist. Nur da wächst das überall. Zum Beispiel in Schweden und in Finnland und Norwegen, da in den Wäldern, da ist das ziemlich, ziemlich häufig zu sehen. Ich finde es einfach mega schön. Mega schön. Jetzt hat die Welt in die Welt außen. Jetzt wir zum Rennen. Diese Energie dieses Ortes ist kaum in Wort zu beschreiben, es ist einfach absolut magisch und gleichzeitig richtig kraftvoll, dieses Wasser, was darunter plätschert, was darunter strömt die ganze Zeit und gleichzeitig ist dieser ruhige Geist des Wassers und es macht einfach so viel Spaß hier durchzugehen, diese Kraft der Natur zu erleben und erstens an diesem wunderschönen Ort wandern zu gehen und dann am nächsten Morgen hier aufzuwachen und all das nochmal zu erleben und zu erfahren. Ich liebe zur Zeit so sehr dieses Leben, einfach in der Natur zu schlafen, so viel in der Natur zu sein. Ich habe so das Gefühl, dass jeden einzelnen Tag, den wir hier mit Soli durch die Welt fahren und einfach mehr an der Natur sind, mehr auf Abenteuerreise gehen, desto ruhiger werde ich, desto entspannter werde ich, desto mehr kommt dieser innere Frieden in mir. Und das Tag für Tag, das ist gerade unfassbar schön, das will ich gerne mit dir teilen. Denn wenn du halt auch diesen nettesten Ruf hast, deines Herzens, dieses eine Erlebnis zu erfahren, dein Herzensbusiness aufzubauen, den Weltreisungsstaat, was auch immer das bei dir ist, dann kann ich dir sagen, go for it. Und go for it, dieser Weg lohnt sich. Und genieß jeden einzelnen Schritt auf diesem Weg. Es lohnt sich einfach so sehr. Es lohnt sich so sehr. Bis zum nächsten Mal. Es regnet immer mehr. Es regnet gerade immer, es ist kaputt, hat er echt gut. Wow, mein Dippen, es ist kaputt, hat er echt gut. Das ist der Wahnsinn. Das ist kaputt, hat er echt gut. Marius, das sieht aus. Aber guck dir das mal an, der geht richtig vor den Bäumen runter. Kann man das sehen? Vor den Bäumen, da hinten auch. Das ist ein kompletter Regenbogen. Ich finde, wenn man sowas sieht, weiß man definitiv, woher diese Sage kommt, dass dort das Gold versteckt liegt. Weil es einfach so aussieht, würde das direkt zum Schatz führen. Innerhalb kürzester Zeit haben wir uns dieses Soulful Business aufgebaut. Ein Business, in dem wir von überall aus der Welt aus kreieren können, Menschen begleiten dürfen, in der Natur uns einfach entfalten können. Und genau dafür, um dir das auch beizubringen, wenn man ein Programm entwickelt. Das Soulful Business Bootcamp. Das Soulful Business Bootcamp ist ein Online-Videokurs aus sechs Modulen, die wir speziell für dich konzipiert haben, für Menschen, die andere Menschen begleiten wollen. Es geht darum, energetische Prinzipien zu nutzen, deine eigene Energie zu erhöhen und dabei ganz, ganz viel über die Psychologie von Marketing zu verstehen, sodass du dir dein eigenes Soulful Business kreieren kannst. In Leichtigkeit, Freude und mit jeder Menge Spaß. Und wenn dich das interessiert, dann schau gerne unten in die Infobox, da findest du einen Link zum Soulful Business Bootcamp. Melde dich gerne an, lies dir die Seite durch und wir freuen uns, wenn du mit dabei bist und dir deinen eigenen Traum verwirklichst. Und in diesem Sinne, fühl dich von Herzen umarmt, abonniere diesen Kanal für die nächsten Videos. Bis dahin, enjoy Soulful Journey.